Bitte stecken Sie 50.000 Euro in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. 50.000 Euro. Ich habe natürlich nur die Tageseinnahmen hier. 40.000? 30.000. Vielleicht 1.000, 1.200. Eine Waffe ist auf Sie gerecht. Ah, eine Waffe! Da steht aber Waffe. Nein, Waffe. Das ist ein L, kein E. Ja gut. Bitte stecken Sie 50.000 Euro Tageseinnahmen in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. Eine Waffe ist auf Sie gerichtet. Ach, das ist ein Überfall. Was ist denn nun los? Gehen Sie weiter! Gehen Sie weiter! Sie sind doch nur gebreit. Wo kommt sie her? Von der Stadt. Wir lassen uns nicht verführen. Nur von den Unteroffizieren. Alter, mach still! Das sieht ja alles so schrecklich gleich aus. Hier ist auch alles gleich. Dann musst du Englisch lernen, mein Schatz! Was ist das? Gehen Sie? Ich weiß sie! Nein, schade. Nein, schade. Gehen Sie. Wie alt sind? Ich bin 24. 24? Ja. U.K. Wunderschönen. U.K., U.K., USA. Ja. Du hast eine Frau? Für all... Für all my needs, ja, possibly. Vielen Dank!